Wir sind ja schon ein bisschen drüber von der Schmerz. Oh ja, ja, das ist schön. Wir haben alle Haufen Strängen. Ja, ja, natürlich. Es zieht sich die Schuhe. Es sind noch Steine. Nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Aber die andere Richtung haben wir auch noch gemacht. Dann sind wir von der Schwegalp an der Kreta entlang. Also die westseitige Kreta. Und dann den Rossfall oben runter. So, ja. Wie geht es? Ja, aber die Schwegalpstrasse noch. Nein, oben durch, oben durch an der Kreta entlang. Ja, also die paar Fünf so, ja. Ah, die Übekannte. Ja, also die Höchste haben wir dann nicht mehr gemacht. So 400 Meter hoch. Hä? Ja, den Letzten haben wir dann nicht gemacht, den Höchsten. Und sind dann eben runter und rausgekommen. Ja. Aber es sind doch 400 Meter hoch gewesen, insgesamt. Es ist halt immer wieder so krass. Um und ab und. Aber heute hat sie nicht mehr. Heute hat sie nicht mehr. Heute hat sie tausend Tage gehabt. Ja. Nur Rosenboden? Ja. Nur Rosenboden schon. Und noch will runterlaufen. Aber sie hat den Kunden auch nein. Sie geht zu spät. Sie möge nicht. Ich will nach Hause. Ja, genau. Ich will jetzt auch auf dem Spielplatz. Ja. Ich wohne hier. Wir sind im Ferien... Reca Feriendorf jetzt. Und im Mai sind wir eben zu Hause. Das ist super. Mega cool. Ja, sie ist. Ich liebe die alten Boni und Pferde. Ja, Boni und Pferde. Und jetzt haben sie drei Rösser inzwischen. Ja, das ist eine Minute. Nein, ich muss nicht mehr. Du kannst nicht mehr. Du kannst nicht mehr auf die Erde. Ja, mega cool. Du musst irgendwie, weisst du, wie viele Hochseasons musst du ja auch irgendwo ein Jahr vorher buchen. Du musst nicht mehr auf die Erde buchen. Ja, das ist nett. Ja, aber es ist auch nett. Sie machen es mega toll. Ja, da haben wir Zwiebeln. Ja. Ja, das kommt. Ja, ja, das verstehe. Aber jetzt geht... Also, viele Jahre hat das einer gemacht. Und es hat sich irgendwie gewechselt. Und dann auch, der Werner, der ist auch... Der ist so herzlich mit den Kindern. Und gibt ihnen gute Schöppchen, weisst du. Also, am Morgen, oder... Bei einer Dreiviertelstunde könnte man dann auch verblühten. Und dann strickeln und auch mischen. Dann muss ich wirklich da auch helfen. Und hier. Also, könnt ihr das nicht einfach malen? Aha, nein, nein, nein. Aber sie haben dann halt einfach quasi... Stallschuhe haben wir dann so definiert. Jetzt ist dann da einfach gut geholfen, oder? Beseln, kratzen und bürsten. Wie hat das alles geheißen? Genau, was macht. Ja, das besteht der noch nicht vor, zwei Jahre, schon. Ja, der hat den Knochen nicht weggestaut. Ja. Und dann noch mal. Ja, na so. Juck, es ist dein, ja. Ja, das ist ein, ja. Ja, das ist ein, ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, ja, ja... Ja, 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 ja... Ja, 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 ja. Hier? Aha, die sind normalerweise die, die einen Eustock hier, und da zieht er den Eustock selber. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. Und nicht da. Sind Sie hier aus dem Apicell? Ja. Aber Sie haben keine Dialekt, oder? Ja. Ich bin von Dokumoren. Ah, Dokumoren. Ah, ich bin schon an die Hürde. Aber ich nehme es mir nicht recht an der Apicellur. Ja, aber haben Sie Dokumoren? Ja, schon. Jetzt sind Sie ein bisschen neutral geworden. Ja, das ist meiner Meinung nach. Aber der Innerschweiz war es nicht.